Klaus-Jürgen Brem ist ein deutscher Militärhistoriker und war Offizier in der Bundeswehr. Leben Brem trat nach dem Abitur 1977 in Prüm als Offizieranwärter in die Bundeswehr ein. Von 1978 bis 1982 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Parallel dazu studierte er Geschichte an der Universität Hamburg. Danach wurde er Truppenoffizier in der Panzertruppe, zuletzt in Koblenz, und schied 1989 als Hauptmann aus. Nach mehreren Wehrübungen erreichte er den Dienstgrad Oberstleutnant der Reserve. Nach 1989 arbeitete er als Unternehmensberater und ist seit 1996 als freiberuflicher Publizist und Referent tätig. 2003 wurde er bei Jürgen Angelo an der Universität Potsdam mit der Dissertation von der Chorset zur Schiene, Militärstrategie und Eisenbahnen in Preußen von 1833 bis zum Feldzug von 1866 zum Dr. Phil. Promoviert, wofür er 2004 mit dem Werner Hallweg-Preis für Militärgeschichte und Wehrwissenschaften ausgezeichnet wurde. Von 2005 bis 2011 war er Lehrbeauftragter für Neueste Geschichte an der Universität Osnabrück. Er ist seit 2011 Mitarbeiter der Zeitschrift RWM Depesche. Bodo Morshäuser bezeichnete das Werk Propaganda im Ersten Weltkrieg auf Deutschland Radiokultur als lehrreiche Buch. Schriften Im Schatten des Desasteres Zwölf Entscheidungsschlachten in der Geschichte Europas Buchsondiment Norderstedt 2003 ISBN 3-8334-04582 Von der Chorset zur Schiene Militärstrategie und Eisenbahnen in Preußen von 1833 bis zum Feldzug von 1866 Oldenburg, München 2005 ISBN 3-486-575902 HSG mit Hans Hubertus Mack Martin Ring entschieden für Frieden 50 Jahre Bundeswehr 1955 bis 2005 Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Rombach Freiburg im Breisgau 2005 ISBN 3-7930-94383 Armeen unter Dampf Die Eisenbahnen in der Europäischen Kriegsgeschichte 1871 bis 1918 DGEG Medien Hövelhof 2013 ISBN 978-3-937189-758 Propaganda im Ersten Weltkrieg Theis Stuttgart 2013 ISBN 978-38062-2754-3 Das Zeitalter der Industrialisierung Theis Darmstadt 2014 ISBN 978-38062-2715-4 Die Schlacht Waterloo 1815 Theis Darmstadt 2015 ISBN 978-38062-30413 1866 Bismarckskrieg gegen die Habsburger Theis Darmstadt 2016 ISBN 978-38062-32875 5 5 5 5 6 7 9 10 10 20